Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch eigentlich geht's gut. Vielen, vielen Dank erst nochmal für den Livestream, gestern hat richtig, richtig Bock gemacht, viel gequatscht, viel über neue Strategien etc. geredet, also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ansonsten würde ich sagen, bevor wir durchstarten, momentan traden wir bei ungefähr 30.600 US-Dollar. Wenn ihr Bock habt, lasst im Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und wenn ich euch auf die Nerven gehen soll, immer schön auf die Glocke klicken, dann kriegt ihr immer gleich eine Benachrichtigung. Ansonsten, wie gesagt, momentan haben wir ungefähr 30.600 US-Dollar, wir haben uns heftig erholt seit gestern. Die Frage ist, ist diese, sag ich mal, dieser Pumpitz oder diese kleine Relief-Rallye von 22% jetzt schon wieder nachhaltig oder sehen wir noch einmal einen Rücksetzer. Dafür gehen wir jetzt mal ganz kurz auf die kleineren Timeframes, 1-Stunden-Chart hatten wir gestern ein kleines Rising-Wedge gebildet, nach unten ausgebrochen, dann aber in der Seitwärtsphase geändert und weiter nach oben gepumpt und jetzt sind wir rejected worden am Monats-Pivot S2. Und das ist auch eine wichtige Zone, ihr seht hier, wir hatten hier viel Konsolidierung und jetzt wurden wir das erste Mal rejected, wir haben auch noch eine kleine Supply-Zone hier oben. Was aber schon einmal ein gutes, in Anführungszeichen, Zeichen ist, dass wir hier erstmal diesen vorübergehenden Downtrend erst einmal durchbrochen haben. Trotzdem, was mich ein bisschen verunsichert, ist dieses krasse Kaufvolumen, was hier unten reinkam mit diesem WIG. Das sind die Zonen, die ich auf jeden Fall nochmal im Blick habe, dass wir hier auf jeden Fall über das Wochenende nochmal runterkommen könnten. Das wäre dann der Bereich nochmal zwischen 25 und 26k. Je nachdem, auf welcher Börse man tradet. Bei Bybit sind wir hier runtergekommen auf 25,3. Bei Binance waren wir, glaube ich, nur bei 26,3 oder sowas. Also da gab es deutliche Unterschiede gestern, auch mit dem USD-Tether-Fat, was da nochmal dann eine Rolle gespielt hat. Deswegen, ich bin weiterhin nochmal ein bisschen auf Korrekturseite, dass wir hier vielleicht über das Wochenende nochmal runterkommen. Wir müssen nicht ganz genau nochmal da runterkommen. Wir können auch nochmal ein kleines bisschen tiefer gehen, aber nochmal so eine kleinere Korrektur, um die zu frühen Longsend nochmal rauszuhauen. Um dann einen neuen Versuch, Anfang der nächsten Woche zu starten und dann nach oben hin zu konsolidieren. Zumindest ist es wichtig, dass wir einen Weekly Close über, warte, jetzt muss ich kurz mal schauen, ich habe es vergessen. Wo hatten wir unser letztes Tiefstück? Gut, ja, ein Weekly Close hier über 33 wäre Best-Case-Szenario. Ansonsten ein Weekly Close über 28,7 bzw. 29,2. Das sind so die Zonen, wo ich sehe, okay, Weekly Close darüber. Dann können wir das alles hier, was wir hier drüben hatten, erstmal als Fake-Out deklarieren. Das ist einfach mal, um noch mehr Longs rauszukicken, um noch mehr Panik zu schüren. Waren gute Nachkaufpunkte. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen nachgekauft zumindest, auch vor allem bei den Altcoins. Teilweise, was ich da sehe, FTM zum Beispiel von seinem T-Stand 40, 50% wiederholt. Mit XRP deutlich ein Plus und so. Das waren ja die Altcoins, die ich gestern Spot auf jeden Fall nachgekauft habe. Habe ich euch ja gestern in die Gruppe nochmal geschrieben. Ich habe jetzt FTM, Dot, Litecoin und noch ein paar andere, steht alles in der Telekom-Gruppe, habe ich gestern nochmal nachgekauft. Bitcoin sowieso, aber trotzdem immer noch mit Restkapital. Ich bin nicht all-in gegangen, weil dieses Risiko, dass wir hier nochmal runtergehen, einfach noch sehr, sehr groß ist. Ansonsten, wenn es nicht der Boden war, ist auf jeden Fall der Bereich hier zwischen 22.000 und 24.000 US-Dollar. Das ist der Bereich, wo ich mir dann eine größere Long-Position aufbauen würde. Klar, das Risiko ist hoch, dass wir dann nochmal auf 20k fallen. Das Problem ist, Retail denkt, okay, wenn wir jetzt hier sind, dann können wir auch noch auf 20k. Und bei 20k kaufe ich dann groß ein. Das ist dann immer so dieses Problem, was dabei herrscht, deswegen lieber die Position ein bisschen eher aufbauen. Mit kleineren Hebel, vielleicht dann nach unten hin weiter vergrößern, aber nicht jetzt hier auf den entscheidenden Move-Warten. Momentan bin ich auf jeden Fall in keiner Position mehr drin, bis auf noch ein paar Altcoins oder so. Aber das ist nicht die Rede wert im Endeffekt, weil die 60 oder 70% noch im Minus sind. Aber gut, die lasse ich laufen, wurscht, wenn die liquidiert werden, dann ist es so, dann lernt man draus. Ansonsten, 4-Stunden-Chart, 4-Stunden-E-Mail-Ribbons, eindeutig Widerstand. Wir sind jetzt das erste Mal rejected worden, also der Tag könnte noch mal wirklich interessant werden, dass wir wirklich noch mal einen Breakdown nach unten hinkriegen. Volumenmangelware, was wir jetzt auch noch haben, seht ihr jetzt hier, wir haben ein Lower Low hier. Im Arrows-Eye war ein Higher High, das heißt, wir haben eine Hidden Bearish Divergence auch noch. Ob die dann ausspielt, fraglich, aber trotzdem einfach mal im Hinterkopf behalten. Also so viel Bullish, wie es jetzt aussieht, nach 22% Relief, dürfen wir einfach noch nicht sein, dass wir jetzt sagen, okay, das war jetzt die Korrektur, wir gehen jetzt Richtung Moon. Also danach auf jeden Fall nicht. Richtig Hoffnung können wir uns machen, wenn wir die 33k knacken. Dann wirklich ein Bestätiger Daily, vielleicht sogar auch da ein Weekly Close drüber. Dann können wir sagen, okay, wir haben vielleicht jetzt wirklich den größten Teil der Konsolidierung beziehungsweise des Dumps hinter uns. Ansonsten, was wir noch im Auge behalten könnten, wäre dann noch so ein kleines Inverse Head & Shoulders, wo wir dann übers Wochenende bilden könnten. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt Malerei. Können wir einfach momentan noch nicht wissen. Wie gesagt, RSI pumpt jetzt wieder ein bisschen nach hoch. Das Volumen ist absolut Mangelware. Deswegen, so auf den kleineren Timeframes ist ein Rücksetzer einfach nochmal drin. Vor allem hier dieser Bereich, 26,8 bis 26,3 auf dem Buy-Bit-Chart. Das müssen wir immer noch ein bisschen dazu sagen, auf dem Buy-Bit-Chart, dass wir hier einfach nochmal runterkommen, sich die Liquidität hier unten holen, minimal vielleicht runter unter dieser Demandzone und dann vielleicht wirklich einen doppelten Boden bilden. Aber das ist jetzt ein wenig bullisch. Trotzdem behaltet es im Hinterkopf, dass jederzeit hier nochmal ein Dump nach unten kommen kann auf den S3. Beziehungsweise in die Region 24k auf jeden Fall ist noch drin übers Wochenende. Müssen wir aufpassen, schauen auf die Börsen. Ansonsten schauen wir uns die Altcoins an. Ethereum, gleiches Spiel, Rising Reg, jetzt nach oben geballert. Auch hier Monats-S2 genau rejected worden. Also ihr seht, die Charts gleichen sich relativ viel. Auch hier, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt hier noch eine kleine 2-Stunden-Supply-Zone, wo wir uns jetzt direkt da drin befinden, plus dieser Monats-S2. Also da müssen wir auf jeden Fall drüber kommen, um schon mal zumindest kurzfristig ein Höheres hochzubilden. Ansonsten ist es nachhaltig, erst ab 2450 US-Dollar dieses hoch rauszunehmen. Ihr müsst halt auch sehen, wir hatten krasse Abverkäufe. Das sind alles Voids, überall spielen ein bisschen Voids mit überall kaum Volumen zwischen diesen Zonen. Und jetzt haben wir schon an dieser ersten kleinen Zone, in dieser 2-Stunden-Supply, die ersten kleinen Probleme. Also wird sich zeigen, wie nachhaltig das ist für mich weiterhin Downside. Trotzdem, nachgekauft gestern Spot. Trading absolut immer noch nicht interessant für mich. Einfach noch ein bisschen abwarten, weil einen Tag danach ist klar, wir haben Relief Rallye. Alles steigt, nachdem es krass abverkauft wurde. Guckt euch Cardano an. 23,2% einfach im Plus, beziehungsweise wir hatten sogar noch einen Peak weiter nach oben. Einfach um diese Voids hier zu füllen. Und jetzt kommen wir so in diesen ersten kleinen Widerstandsbereich und dann folgte sofort so eine Abverkaufs-Candle. Also wir sind noch nicht ganz durch, auch wenn das Volumen hier zunimmt. Und mal gut jetzt Cardano und sowas hätte kaufen können. Aber kauft wirklich mit Bedacht. Geht jetzt nicht hier All-In oder sowas rein. Immer mit Bedacht rein. Ansonsten, wir sind teilweise von unserem All-Time-High, vor allem bei Altcoins, zwischen 80 und teilweise sogar 95% entfernt. In dem Bärenmarkt, in dem wir uns meines Erachtens immer noch nicht befinden. Vielleicht, weil wir einfach zu viel Seitwärtsphase hatten. Kann man die zukünftigen Gains generieren. Aber mit Bedacht und nicht jeden Shit einfach jetzt kaufen, nur weil es steigt. Ja. Ja, XRP, gleiches Spiel. Auch hier erste Widerstandszone, wo wir jetzt das erste Mal rejected worden sind. Genau, auf den Dollar genau. Auch hier krasse Abverkäufe. Jetzt wurde dieses Void gefüllt. Deswegen, es sieht halt oder es wäre halt wirklich perfekt, wenn wir überall so einen kleinen doppelten Boden bilden. Und vor allem diese Dochte hier unten einfach nochmal füllen. Es ist hart, ganz ehrlich. Weil wir dann nochmal eine deutliche Korrektur nach unten hätten. Also das wären ja wieder 30% Korrekturen. Aber es ist einfach nicht ausgeschlossen. Dieser Dochte hier unten macht mich bei allen Altcoins momentan nervös. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, okay, ich gehe jetzt momentan in keine Trades rein. Ansonsten wäre das ein perfekter doppelter Boden. Die Frage ist, wer hat jetzt eingekauft in diesen Zeiten. Das werden wir wahrscheinlich früher oder später erfahren. Und ob überhaupt noch diese Chance kommt, dass wir da runterkommen. Aber lieber ein bisschen Nummer sicher, bevor wir hier irgendwelche riskanten Trades oder Spotkäufe oder etc. pp. machen. Was ich auch noch gekauft habe, Uniswap. Auch absolut gelitten von seinen All-Time-Highs, sage ich mal. Sieht aber jetzt auch ganz gut aus, dass wir hier jetzt erstmal die 1-Stunden-Email-Ribbons durchbrochen haben. Jetzt gehen wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart. Auch hier haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal Luft. Also noch hier deutlich nach oben zu steigen, zumindest kurzfristig. Haben wir hier auf jeden Fall noch Potenzial, bis in den Bereich von 5,66 Dollar zu kommen. Einfach aufgrund dieses Voids. Dann kommt die erste 4-Stunden-Supply-Zone. Aber auch hier, ihr seht diese krassen Dochte. Es ist schon heftig, wie hier aufgekauft wurde. 30% innerhalb von einem Tag oder so könnten wir auf jeden Fall wieder runtergehen. Seid einfach vorsichtig. Schauen wir uns noch unsere Lieblings-Coins Luna an. Luna gibt es nicht mehr. Luna ist bei mir raus. Luna hat glaube ich 100% Minus oder so. Wurde fast überall delistet. Also Luna ist tot. Wir hatten gestern Morgen noch eine Supply von 2,5 Milliarden. Ich glaube jetzt sind es irgendwie 35 Milliarden oder so Luna-Coins. Also das Projekt ist wirklich tot innerhalb von kürzester Zeit. Deswegen immer mit Bedacht investieren. Nichts überstürzen. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Ich würde sagen News gibt keine. Behaltet Bitcoin im Auge. Bitcoin ist weiter das Zugpferd, auch wenn die Altkunden jetzt Gains ohne Ende machen. Spot-Portfolio freut sich ganz ehrlich. Auch das ist jetzt 20-30% im Plus von den Käufen gestern. Aber trotzdem einfach mit Bedacht. Das kann ich euch nur auf den Weg geben. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Wünsche euch einen schönen, entspannten Freitag. Einen guten Start ins Wochenende. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Ansonsten in der Telegram-Gruppe. Und bis dahin. Ciao, ciao. Stay crypto.